Ja, dann lass uns mal den ING-Löwen finden, oder? Die Bank mit dem Löwen. Vielen Dank. Der Nächste bitte. Kann er die Bank mit dem Löwen sagen? Die Bank mit dem Löwen. Und bitte 150 Euro Gutschrift durch kostenlose Gehaltskonto. Echte Löwen können nicht reden. Und Dirk? Lass uns doch einfach alle nehmen.